Willkommen zum Mela Award. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute nehme ich euch mit zum Gewichtheben. Gewichtheben besteht aus zwei Disziplinen. Das ist einmal Reißen und Stoßen. Man kann es auch so sagen, dass man einen sehr, sehr schweren Langhandel vom Boden über den Kopf bringen muss mit gestreckten Armen und einer sehr schweren Technik und dazu gehören Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht es zum ESV Neu-Aubing. Wir schauen uns heute die zweite Bundesliga an, ESV Neu-Aubing. Oh, Willa, du riechst gut. Was hast du da? Was? Versace. Die Handlichtbereiche Christoph Rosig ist vor Neu-Aubing. Der ist toll, der Wolf. Die schöne Stimme. Ja. Da gibt es nur sich Mühe, gell? 30 Jahre lang Höhe. Lisa ist Powerlifterin. Lisa, zeig mal deine Muckis. Oh, die Rückseite. Einmal drehen, bitte. Wow. Versuchen Sie gerade zu überreden. Macht Kreuzchen mit 170 Kilo. Okay, ich stelle mir alle deine Freunden hin. Jeder hat drei Versuche. Es fängt an mit Reißen. Sehr schön. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm, Tessa. Yeah. Easy. Hoch. Ja. Das Gewicht wird immer gesteigert, auch wenn das nicht schafft. Ja. Olympisches Gewicht hier am besten mit Kindersalter anfangen, dann hast du auch irgendwann die Chance und die Motivation zum Olympiade teilzunehmen, weil Olympisches Gewicht hier ist ein Olympisches. Deswegen möchte Mela das auch unbedingt machen. Im September geht es übrigens dann los mit Kraft-Dreikampf, mit dem Wettkampf. Da sind wir dann wieder dabei. So, jetzt geht's weiter. Ganz am Steifen, aber Arsch unten lassen. Komm! Yes! Raus! Warten! Nicht hastig! Scharf nach hinten! Yes! Komm, komm, komm! Startposition, runter mit dem Arsch. Erster Zug, nur Beine, nur sauber aus den Beinen heben. Raus! 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 Warten! Sammeln! Richtig sammeln! Ja, komm! Ja, komm! Wuuu! Wuuu! Jaaa! 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 Hopp! Na, komm, 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 komm! Oh, komm, 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 komm! Na, wir bleiben! Jaaa! Jaaa! Express! So, jetzt! Weg von den Schultern und runter! Schub! Jaaa! Jaaa! Komm, 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 komm! Jaaa! Jaaa! Wuuu! 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 Und wir verabschieden uns von diesem Wettkampf und dann gibt's mir ein Like! Und abonniert meinen Channel! Dann verpasst ihr auch kein Video und werdet mich ein bisschen supporten! Ich freu mich auf euch! Bis zum nächsten Video! Eure Mäller Awards! Genieß die Sonne!